Hallo, mein Name ist Bernd Mauer. Ich bin der Trainer im Kurs Die elektrotechnisch unterwiesene Person. Dieser E-Kurs entspricht dem eintägigen Präsenzkurs. Nach dem erfolgreichen Abschluss erhalten Sie eine Qualifikationsbescheinigung und ein Zertifikat der Forrest AG in Deutsch und in Englisch. Bei dem Kurs geht es um die Grundlagen der elektrotechnischen Sicherheit im Betrieb beim Aufbau oder Betrieb von elektrischen Anlagen. Bitte beachten Sie, dass vor der Aufnahme der Arbeiten im Betrieb eine Unterweisung stattzufinden hat. Wir behandeln das Thema umfassend und haben interaktive Elemente eingebaut, um das Gelernte zu verfestigen. Auf unserer Homepage finden Sie einen Demokurs, wo Sie Einblick nehmen können, wie der Kurs aufgebaut ist und was wir hier bieten. Zum Inhalt des Kurses gehört natürlich die Grundlagen des Arbeitsschutzes wie Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung und Ähnliches. Einige kurz gehaltene Grundlagen der Elektrotechnik, das Ohmsche Gesetz zum Beispiel. Dann unterweisen wir Sie über die Gefahren des elektrischen Stroms. Körperdurchströmung, Lichtbogen. Wir erklären Ihnen Maßnahmen, Unfälle mit Strom zu vermeiden und stellen die verschiedenen Unfallarten vor. Zum Schluss sprechen wir dann über die Arbeitsmethoden im Unternehmen. Der Kurs beinhaltet Videos, Grafiken und Übungen. Ein ausführliches Resümee finden Sie mit geliefertem E-Book. Am Ende des Kurses, nach bestandener Prüfung, erhalten Sie ein Zertifikat. An African- уд odor Sinkt. Am Ende des Kurses. Anfalt중에 down Andreas Kursom진quin. Anfalt Mond Badnen apprentices §